Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sturm, Marcel, Sturm Jo, Alter Sturm, Alter Mama 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 Keine Ahnung, wie man das macht. Ah doch, hier. Das hier kann man, denke ich, fake machen könnten oder auf? Äh, aber, wie heißt das? Gut, ist Bewegung, ja. Hm. Ah, das ist das für eine Bewegung, ne, krass. Ja, ich wollte nur noch mal ... Ach so, Alter. Ja, das hatte ich eigentlich direkt am Anfang, aber dann sah es eher so aus wie eine Batterie. Ja, ja, deswegen habe ich das ja weggemacht. Ich wollte erst auf diese, auf ein Handy Ladebiken gehen, aber dann dachte ich nur, okay, Ladebiken funktionieren vielleicht besser. Naja, so. So. Oh man, ich habe wieder Leonardo DiCaprio-Sonne, Alter. Den hatten wir leider schon. So. So. Okay. So. 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 Ach, kommt schon, Leute. Ich erkennt's nicht. Ich finde, das ist nicht schlecht gemalt. Nuskinaka. Ah. Okay, jetzt, wo ich das von C erkenne ich es auch. Es wird nicht zwei mal dasselbe. So, jetzt pass auf, Allah. Was? Was? Stich deinen Baum ab, Alter. Fechtet der gegen einen Baum? Oh, was? Oh, nee. Ähm. Oh, fuck. Oh. Fuck. Ähm. Oh, scheiße, ich guck nicht aufs Wort. King Kong, Niklas. King Kong. Oh, ich geh. Wie gut, deine Tatsache, Alter. Was ist die fette Scheiße da im Baum? Soll nur Affen werden. Was? Kennst du diese fetten Fleischklopse, Alter? Die einfach so in Bäumen chillen. Oh, das ist ja noch ein bisschen, der ist ein bisschen fett geworden. Ich geh nicht. Ganz aufsichtig. Ganz aufsichtig. Lol, Allah. Du musst komplett los. Alter, das sieht voll gut aus, ja. Wird das überhaupt so geschrieben? Keine Ahnung. Warum malst du nicht Will Smith? So gut kann ich halt nicht malen, leider. Scheiße, wie hießen... Also es geht hier um die Gerätschaft, ne? Es geht nicht um Aladdin oder so'n Scheiß. Warte mal. Hä, was ist denn das erste Wort? Alter. Hä? Wunderlampe, fuck! Wunder einfach. Er hat aber auch alle anderen Möglichkeiten durch, ey. Ja, Wünsche und Zauber, dachte ich. Also Zauberlampe nimmt und sowas doch, oder? Gute alte Zauberlampe. Gute alte Zauberlampe. Was? Oh! Ähm... Lass dich kurz nachdenken. Du bist aber heute nicht so gut darin, auf die Wörter zu kommen, ne? Wenn du sie schonmal weißt erst. Ja, keine Ahnung. Wo warst du nachgedacht? Wo warst du mit Ü schreibt? Mit drei Üs. Wir brauchen mehr Üs. Wir brauchen mehr Üs. Oh boy! Was denn? Das aber mal ein Zinken. Ganz gut. Du malst ihm so Zauber und dann kommen so Sachen wie Jude und Wheatard. Hm, Leon weiß ja nicht wie das geschrieben wird. Ich glaub mit drei Bs. Und einem Ü. Ich hab einfach Zauber mit zwei R geschrieben und hab mal Klaus bekommen. Und ich dachte mir so, hä? Was wollen die von mir? Na gut, das war's. Du bist ja wieder gewonnen, oder? Nee, ich hab gewonnen. Doch? Ja, weil fucking Niklas nicht auf meine Sachen gekommen ist. Ja, weil auch... Ach, Scheiß. Mein Niklas, ey. Na gut, ich würd sagen, haut rein bis zum nächsten Mal. Peace auf. Tschüss.